Die Heuchelei ist eine Brut, die Belial gezeuget. Wer sich in ihr Knechtschaft beuget, der zählt zu Sanktansdienerschaft. Die lassen sich den Christen dergleichen auch gelüsten. Gott sei es geklagt, die Redlichkeit ist teuer. Man streift nicht ungeheuer, sieht wie ein Engel aus. Man kehrt dem Wolf hinein, den Schafpelz kehrt man raus. Wie könnte es Ärger sein? Verleumden, schmähn und richten. Verdachten und vernichten ist überall gemein. So geht es Gott, so geht es dir. Der liebe Gott, der liebe Gott, behüte mich dafür. Der liebe Gott, behüte mich dafür. Der liebe Gott, behüte mich dafür. Untertitelung des ZDF, 2020